Das ist noch ein Resort! Moin Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir mal ein paar richtig spektakuläre Aufnahmen für euch. Denn wir waren in Dortmund bei den Vorbereitungen zum Intercopter Racing Cup, der auf der Intermodellbau dieses Jahr stattgefunden hat. Und dort haben wir einen relativ bekannten Piloten getroffen, den XY FPV, der dort seine ersten Trainingsrunden mit seinem Copter geflogen ist. Und wir haben die Gelegenheit genutzt und mal das Videomaterial von ihm geschnappt und zusammengeschnitten zu einem kleinen Trailer, wie das Ganze so aussieht, wenn man an Bord eines solchen Copters mitfliegt. Und ich finde, es ist ziemlich cool geworden, ziemlich spannend. Schaut es euch einfach mal an und nicht schwindelig werden dabei! Echt los! Drei, 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 hier, Drei, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020